Herzlich willkommen zu unserer EnBW einfach erklärt Videoserie. Mein Name ist Christian und ich arbeite im EnBW Kundenmanagement. In Deutschland bestehen die Stromkosten aus vielen verschiedenen Komponenten. Wir erklären Ihnen in diesem Video die Zusammensetzung Ihrer Stromkosten. Die EnBW-Preise setzen sich aus einem Grundpreis und einem Verbrauchspreis zusammen. Dabei ist die jeweilige Höhe der Preise von Ihrem gewünschten Tarif und Ihrem Wohnort abhängig. Der Grundpreis ist ein monatlicher Festpreis. Er ist unabhängig von Ihrem Verbrauch und enthält beispielsweise die Kosten für den Stromzähler und die Abrechnung. Der Verbrauchspreis ist der Preis, den wir für jede von Ihnen verbrauchte Kilowattstunde berechnen. Der Verbrauchspreis setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen. Ein Teil des Strompreises bilden Steuern, Abgaben und Umlagen, die der Staat auf den Preis erhebt, um die Energiewende zu fördern. Ein weiterer Bestandteil sind die staatlich regulierten Netzentgelte für Betrieb, Wartung und Ausbau der Stromnetze. Der dritte Anteil besteht aus den Kosten der Stromerzeugung und Beschaffung sowie des Vertriebs. Übrigens, Sie sehen die Zusammensetzung Ihres Strompreises auch auf Ihrer Jahresrechnung. Wenn Sie noch Fragen haben, wir verlinken hier weitere EnBW einfach erklärt Videos. Auf Wiedersehen!